Hehehe Jetzt ist hier aber Achterbahn Masse statt Klasse Hab ihn Gute meine Freunde und willkommen zu einem weiteren ungeschnittenen Squad Video Diese Aufnahme ist relativ spontan entstanden Dementsprechend haben wir kein ganz volles Squad bekommen Allerdings sind wieder ein paar Jungs aus dem Discord mit dabei Ihr kennt die ganze Schose inzwischen Wer Bock hat mal mitzumachen schaut in die Beschreibung Zwischendrin wird in dem Video ja auch mal der Link eingeblendet Zum Invite auf unseren Discord Da einfach der Squadrolle joinen Und dann werdet ihr benachrichtigt wenn wir mal eine Runde zocken wollen Und dann könnt ihr gerne mitmachen Bei dieser Runde waren wir Squad 4 gestehend aus Squad Leader Högi Der gleichzeitig das Feierteam Alpha geleitet hat Und meiner Wenigkeit Feierteam Leader Bravo Wir haben natürlich keine ganzen Feierteams voll bekommen wie gesagt Aber es reichte dennoch fürs Aufteilen Hat auf jeden Fall Sinn gemacht in dem Fall Wir sind erstmal nach First Stand gefahren Haben dort eingenommen Wurden danach leider direkt ja vernichtet vom Feind Aber konnten dann bei einer neu gebauten Fop spawnen Und sind direkt zu Grandel Von dort aus ging die ganze Schose weiter Und ich finde es ist ein ganz interessanter Häuserkampf geworden Viel Spaß Beim nächsten Spawn nimmt jemand bitte Medic Ja ne Medic Halt hier Halt halt Wir cappen hier Bin sowieso noch nicht gespawnt High Snipes Ja genau Ich bin nur nicht froh und ich warte jetzt auch noch kurz Bin ich eigentlich der einzige von unserem Squatter hier vorne mitfährt? Ja ich habe extra gesagt ich springe in 3-2-1 und habe mich schon gefragt warum du nicht mitspringst Das habe ich nicht gehört, dank Das Snipes ist bei mir, grüße dich Juhu Ich habe ne Medic Ich habe ne Medic Ich bin auch Medic Ja ich habe ne Medic nicht, ich bin Medic Achso Ich habe dich, I own you So wenn wir das durchgecapt haben dann schauen wir mal wo wir da hin müssen Oh Medic Ha 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 Warum lauft auch so gebückt? Rückenschmerzen Gegner, 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 Gegner Ende der Straße Gegner genau Nord, Straßenende, linke Seite Braucht noch 30 Sekunden zum Spawn Gut, alles klar, dann geht mal Richtung Nord, fangt die ab Äh, sprich bravo ey ... ... ... ... tao Das ist geht mal hier in die richtung und ich bin auch da sagt doch was ja gleich 2 fährt jetzt gerade nach grandel das heißt wir halten uns spawnen wir spawnen bei squad 2 wieder rein wenn bis dahin für stand nicht wieder weg ist ja ich habe es ihnen schon gesagt ich denke mal wir kriegen gleich eine fobie und dann spawnen wir da rein und dann gehen wir nach grandel naja aber ich verabschiede mich jetzt für heute so kam ein bisschen aber macht gut aber vielleicht am wochenende wieder ok bis dann wir warten immer noch auf die fobie movemarker sitzen schon mal so bravo wir treffen uns auf movemarker scheinbar kontakt im norden sehe aber noch nichts kontakt 120 auf der straße also sie kommen schon von osten im feld 153 klar ich mir ja ja ich wollte selber nur gerne rein hohly shit da war einer ich hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ja ok seite down ja ok ich hol euch wieder ja hohly kommt mal weiter Richtung süden bitte 150 zucker und 165 ok dann passt ja ich bin zuerst nur holen müsst ihr aufpassen das war eine granate direkt aus dem auf ne ne es war keine granate das ist der typ hatte äh ne ne anti tank geschossen ja hier oben bei also ich kontakt rein Richtung äh 0 ist markiert noch einer noch kommt logi rein rein an dem bäumen rechts von uns jo ja die überrennen uns hier gleich jungs seht mal zu dass ihr uns äh deckung gebt wer sich bewegen kann ich setz mal ein move dass ihr da an die gebäude reinkommt die kommen hier ungefähr auf der anderen straßenseite entlang ja ich komme huuuu danke fuck süden ja ich denke mal das war die ja ja wir schaufeln ja Ja, wir schaufeln. Heidi. So ist wieder da. Ja, Medic hat leider keine Banasen mehr. Hm, führ dich in der Euphobie auf. Wer von Bravo neu spawnt, der geht mal bitte zum markierten Punkt. Ja, die sind, die sind schon direkt im Südosten. Jo, guter Mark, Rippen. Da könnt ihr mal hingehen. Junge, Junge, schon wieder nur tot hier. Okay, ist das drauf? Äh... Rippen, bist du schon gespawnt oder liegst du noch? Gerade gespawnt. Lauf am besten Richtung Bravo-Movemark. Heben, die kommen rein. Ähm, kein Schwerer. Okay, du bist gerade noch ein Fall. Achtung, Rippen, die kommen direkt nach hinten. Mein Alpha-Team war zu mir. Check. Mein Alpha-Team war zu mir. Kannst du ja noch, ähm, Fire-Team geben, bitte. So, Dirk, ist Clear da? Ja, mein Fire-Team trotzdem noch zu mir. Ja, im Süden ist jetzt Clear, aber ich brauche einen Medic. Der Medic ist da. Die Snaps kommen mal hoch. Warte, ich kümmere mich erst kurz zum Zodiac. Ihr seid gerade aneinander vorbei. Ja, ja. Ey, Kollege, komm mal um. Wir fehlten noch vom Alpha-Team. Inki, wo bist du? Zodiac, wo bist du? Äh, nochmal? Zodiac, du bist im Alpha-Team, ich brauche es nicht bei mir. Ja, okay, bin auf dem Weg nach Norden. Kannst du hier unten noch eine, ähm, Moon, äh, Resetai hinbauen? Oder da drüben auch, bei dir direkt am Ready. Sit. Bravo, könnt ihr uns decken in Richtung Nord, Richtung Grendel. Dann rücken wir jetzt vor übers Feld. Negativ, dann move'n wir eben, warte kurz. Gut, sitzt, der Marker, bravo, laufen. Wir stehen auf dem Pillar. Und dann kannst du von da. Mal schauen, dass wir irgendwo aufs Dach kommen. Leider negativ. Okay, dann vorne die Ridge-Liner. Ich brauche, steht ihr könnt. Ihr lauft da Richtung Nord-Ost, Alter. Ja. Wir halten hier 36 Sekunden die Stellung. Ähm. Alter Schwede, von wo? Ja, ich bin hier drin. Das kommt von hinten, das kommt von hinten. Wir haben mich jetzt komplett erwischt. Ich finde, das sah so heftig aus. Okay, bravo, schau mal nach auf meine Position. Dinky, du gibst weiter decken. Bravo, muss ich grad verarzen, warte kurz. Ready, Sitz. Warte, Mann. Warte, Mann. Ähm. Komm, wir laufen, wir eben erst. Dann kannst du nicht verarzen. Warte, Fahrer, Tempo holen. Nee, kommt mal auf meine Position, Ribbon. Tatsächlich, ich lauf durchs Feld. Okay, Jack, Jack, wir laufen. Wir werden heftig niedergehalten, ja. Wir versuchen's. Ja, mich hat's erwischt. Ja, hinten ist einfach erwischt. Gut. Spawnt neu am Rally. Post über Nordwestenstraße. Rauch geht raus. Snipes, versuch mal da nördlich zu bleiben von der Straße, wie du's grad auch machst. 40 Sekunden für Rally. Ja, bravo, versucht man auch schon mal in den Compound reinzukommen, Grendar. Ah ja, war schon wieder einer, der geschwenkt hat. Oh, ah, 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 ah. Ja, 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 ja. los rein nach grandale jungs ihr schafft das wir müssen das ding holen es werden lauter feinkontakte richtung süd markiert beziehungsweise sie dort die sind richtig die sind jetzt auch schon südlich vom rally 20 sekunden wir versuchen jetzt gleich wenn wir reingehen zum laufen dass wir über die nordseite reinkommen wobei ich stoße zu meinem team die sind noch im süden die sind hinter euch direkt direkt im süd direkt hier rechts um die ecke der scheiß smog Okay, sehr gut Sie sind ein bisschen weiter Ich bin bei euch, wenn er rechts rauskommt Hab ihn, hab ihn, hab ihn Mich hat's erwischt Jo Die Fop auch gleich Tachi, Tachi So, danke, danke Im Norden ist auch noch Feind Ist der Rallyedown, Gottverdammt Ach, die Bandage muss ich ausrollen, ich wollte sie super entschieden Gut Wie gesagt, Charlie Marker müsste ungefähr ein Feind sein Ein oder zwei Äh, hier Ist markiert Ihr habt nördlich von euch noch Feind So, der Dach Ich hab hier noch Positiv Auf 0, 6, 0, Feindkontakt, einiges Okay Aufnahme so rum Use the Force Bravo, Attackmarker sind etliche Feinde Oben im Haus Vitral, kannst du nochmal zu mir kommen? Für ein Rallyedown? Warte, Hüge, ich join unten an der Dings Ja gut, alles klar, dann warte ich auf Dings, Master Dann Vitral, musst du weitermachen Ja, okay Ich bin mal umgeschwenkt auf Medik, weil ich gesehen, wie anders ein 40 Sekunden Ja, warte, ich hole dich Sorry Gerne, gerne Holtst du den anderen Kollegen hier hoch? Ja, der ist gleich gecapt Schön halten, Jungs Die haben ne HUB hier Die haben ne HUB hier Auf meiner Position, Jungs Kriegt mich jemand hoch hier? Ja, der ist gleich gecapt Okay, die Jungs, die gerade außenrum vom Kaffhaus sind Versucht mal hier außenrum zu laufen, dass ihr von hinten an die HUB ranft Das bringt nichts, diese, die sind da komplett um, äh, außenrum, umstreuen So, die, ja, pass auf, die können direkt, äh, voll hier sein Die laufen eigentlich in die Richtung, Herbert Ja, okay Sorry, keine Behauptung Ja, aber verfolgt es dann, versuch mal, ey, Kaffee Sonst, die Leute, die hier in der Situation haben, versuch da mal zu halten Neben uns das große Haus Opa Jo, grad gesehen Ah, ich geh da mal rüber Weiß nicht, als wenn du da durch diese Torbogen durchgehst, direkt rechts im oben Gegner Braucht dir dringend mal Unterstützung Oh ja, ganz entspricht Medik ist da Schön unten bleiben, schön unten bleiben Wir sind direkt auf 25 in dem anderen Haus Ich versuch dich zu decken hier Da geht mein Gegner, hab ich Ja, pass auf, hängen wir uns direkt da oben, das sieht man nicht überdeckt Ja, ich halte mich mal safe Ja, ich halte mich mal safe Noch einen Ja, Medik hat's erwischt, hm Und die Fall ist weg Eieiei, heißes Eisen hier, ey Hau, bei mir noch drei Gänge Ja, mega Eis Vor allem, weil sie immer und immer wieder vor ne anderen Richtung kommen Mhm Okay, bravo, wir respawnen an dem, äh, Ready Point Also Rally Point, vier, dreißig Sekunden Habt ihr die Hub eigentlich runter? Angeblich ja Grandelvis grad wieder, wird eingenommen High Snipes, Hangman, gerne aufgeben beim Rally spawnen Ja, bin dabei beim Rally zu spawnen Okay Wir laufen direkt südlich wieder rein Check, okay Südlich ist es gar nicht, westlich Alter Schwede Alter Schwede Ja, warte kurz, ich geb noch kurz nen Heal Ja, merci Geil on So, jetzt hat der Onkel Doktor dich angewandt Ne Hehehe Warte, was? Ey, da hier da scheiß Ecke, ne? Der Durchgang auch noch einer Ist so, die lauen überall, die Taliban Ist echt so Ja Hier oben im Haus war vorhin einer, über uns jetzt Pass mal die Sau Naja Warte, hier bin ich, hier bin ich wieder drauf Oh, warte Warte Warte, komm her Warte, komm her Jo Hier oben sind Ähm, ich hab hier grad nur noch den ID-Lager gehört Und der ist auch Ah, keine Mutti mehr Wir cappen auch grade Teppler Wir müssen noch ein bisschen durchhalten Ihr haben mich halt verwischt Wir sind auch schon unten Ich glaub das war ein bisschen schwierig Die kommen da direkt bei Hab einen Vom Rallye aus Könnte es gut sein, dass sie schon da sind Da ist grad jemand down gegangen Ah, fickity, fuckity, ich bin down Ja, und auf dem Punkt sind alle da Ja, da waren, da kamen mit einem Schlag dann so viele Ja, dann alle auf dem Punkt Ja, das hat mich auch ein bisschen überfordert Und hier oben waren halt doch tot Wir müssen den halten auf jeden Fall Wir müssen noch ein bisschen durchhalten, bis wir Tempest haben Äh, wir verlieren es jetzt gerade wieder Aber noch haben wir es Also, wird halt gerade eingenommen Balk Tempest2 Ja, wirerstieren Nach Grendel Okay Gut, bravo wir spawnen wieder Höptermis환 ist rein nach Grendel Ihr敦 haben vom Objektive getreten So, jetzt setzt der richtige Marke auf. Ja, ich respawn, ich bin gerade gestorben, ich hasse es. Ich habe einen Punkt markiert, wo wir am besten in den Compound reindringen. Eventuell kriegen wir es so in die zum Laufen. Ja, ich respawn direkt. Ist das eigentlich unser Rallye oder ist der nur geclaimt, Hübi? Das ist unser Rallye. Ich weiß nicht warum Squad 3, den ich mitgeclaimt hat, dass die hier spawnen können. Tja, lag es ihnen vor? Ich wissen sie es nicht. Friede, Freude, Eierkuchen. Hihihi. Vor uns. Ở ihn? Ich freu schon bald mehr Munition. ja wir sind teilweise auf den dächer wir wurden nachgeladen sind das aufhör wieder sein im kompon drinnen direkt rechts glaube ich das ist ja wie weihnachten so jetzt geht es ab ich bringe frieden von wo von wo ja direkt im fenster links also am fenster stand eben ich weiß nicht deshalb drin noch b d d den kiegel direkt hinter dir quasi auf anderen seite der mauer durch einer sein Der, der hat mich erwischt. Der, der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Fuck, da ist aber noch einer. Zoom, ich hoffe, du hast ihn im Blick. Der ist tot, aber dein Kollege auch. Und ich hab nichts mehr, um ihn zu retten. Dann gehen wir da gleich rein. So, jetzt kommt der Onkel Doktor. Danke Doktor. Ja, Denki, bleib liegen. Wir holen dich gleich. Äh, ist da, ist da jemand? Wo, wo, wo sind sie? Sind sie hier? Ja, sie sind da. Denk, Moser, ich werde dich heilen. Okay, da müssen wir da doch nicht rein. Dann gehen wir weiter unserem Plan nach. Danke fürs Dein. Ja, ich brauche auch bald noch Muni. Du bist beobachtet. Ja, ich weiß, aber... Nobody is confirming. Hab den Medik dabei. Hier, hier. Ja, ich muss verlaufen. Du bist clear. Okay, Haus clear. Hier. Das ist unser Auto. Ich hoffe. Okay, scheint alles clear hier. Ansonsten merken wir es bestimmt. Ah, das glaube ich auch. Aber wir nehmen sie uns gerade wieder ein. Wir small. Ja, Hygi, der Medik kommt. Und... Ich versuche dich zu denken. Ich bin bei euch. You're the sickest. Oh, der ist kalt zum Falter. Ich bin sickest. So, ich touch jetzt kurz an. Jetzt tut's weh. Das musste ich geil machen. Go, go, go. Jo, scheint clear hier gleich so. Also... Ey, da kommt immer noch ganz schön viel aus Nordosten, ne? Ja. Leider vorrücken. Jo, ich seh da zwei Personen. Auf genauen 051. Was, hallo, ja? He's there. Was verzögeln? Jungs, bei mir ist die Hab, schaufelt die runter. Das ist die Hab. Das ist die Hab. Ja, die kommen jetzt wieder von Westen. Ach, das ist ne Hab? Ja, guten Morgen. Ach so, das sieht aus wie ein Haus, was hier hingehört. Noch nie gesehen, ey. Ja. Der hat dann sowieso aus. Und die haben so'n Hess-Unteil. Taliban-Hab, ey. Ey, die kommen gleich wieder rein. Direkt bei mir auf Charlie Observe sind mehrere Feinde drin. Mindestens ein AT und ein Raider. Na ja, Feind ist markiert. Bravo, wenn ihr die Hab runtergeschaufelt habt, könnt ihr weiter vorrücken. Ja, 100. Da geht's hin. Ich glaub, da steht auch die nächste Hab. Ich bin mir nicht sicher. Ich brauch gleich mal Munition. Das ist ein Problem. Na ja, bin ich dabei irgendwann. Haben wir nen, äh... Weifelman? Glauben nicht. Attack hier. In dem Lodgy-Unden müsste auch tierisch auch noch Mun sein. Ich guck mal nach. Lodgy, Lodgy, wo ist denn Lodgy? Boah, das ist ja am Arsch der Welt. Viel zu weit weg, ist egal. Ja, hier steht die nächste Hab. Die haben zwei Hubs. Die Insurgents können zwei Hubs pro Radio platzieren. Die krieg ich ja auch nur unter. Das ist auf meiner Position. Was ist denn? Was gibt der noch? Ja, der ist noch vollkommen voll, der hier unten. Bei mir. Soll ich den mal reinfahren? Ja, fahr den mal Richtung Nord. Dürft direkt gleich links stehen, Soviet. Kann ich mir ein Movemark geben? Wenn du reingehst, links. Ach, da hinten! Ja, der ist da. Züge hier außen rein. Keine Backup. Äh, kurze Information. Und eine Medic ist down und Snipes werden anscheinend ausgeworfen. Ah, ja. Schön! Das kommt hundertprozentig from, der. I'm ready. Äh, Ich spawn noch. Ich brauche irgendwas, Hilfe! Komm her Junge. Spucke und Taschen. Chemi wissen schon, dass da ist doch eine, da müsst doch theoretisch nie ein von dir sein. Oder? Dort, da wo es gerade 3 grad ist. Ja, die sind hier, äh, ich wurde hier gerade angeschossen. Glut hier wahrscheinlich gleich aus. Boah, ohne Medic ist schwierig, ne? Wirklich, lebst du? Er ist 035, 035, cross street, middle building, at the door. Habt ihr eigentlich die Hub down mittlerweile? Check, check. Ja, warte höchlich. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, Jungs, wenn ihr down seid, respawn. An der Hub. Charly 4, 3. Kannst du den Rally noch versetzen? Kannst du den Rally noch auf die, äh, den von 3 setzen? Ja. Ach, zoll. Verlaufen wir. Trotzdem, respawn, FOB, Charly 4, 3. Eiche, wir haben so keine Chance. Du wirst direkt rausgeholt, äh, wenn du mit dem Lodge hier rumfährst. Also, der Snaps kommt gerade irgendwie nicht mehr rein ins Game. Der macht einen kompletten Restart. Äh, sagt dann Bescheid, wenn er da ist. I need a Medic! He's inside of that other building, boom, 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 boom. Tempest. Ja, ich hab ihn nicht mal gesehen. Ah, ich muss in die andere Richtung. Der schnitt ist gut hier. Wenn ihr bei der Euphologie spawnt in Tempest, dann versucht mal Richtung Süd zu laufen. Warum ist denn eigentlich keiner mehr hier zum Verteidigen, das verstehe ich nicht. Na ja, dann bleiben wir wohl hier. Ja, ihr seid jetzt auch gerade nur irgendwie zu zweit. Wir, also ich laufe jetzt zumindest gerade mal hinterher. Ja, wir sind eh tot. Da ist irgendwo ein Sniper. Versucht ihn mal zu scopen. Ach ja, der gute alte Walking Simulator. Ja, jede Menge Kontakt im Süden hier. Die beschießen schon die ab. Ja, die sind in den Feldern. So, hast du noch Muni, ey? Danke. Nice. Hey, GG zur Hölle. Schön, ey. Wow, wow, wow. Ha, ha. Mach mal eine gute Runde. Die müssen ja reihenweise einfach gestorben sein. Ja, wir haben die echt ganz schön zersiebt gerade. Da unten bei dem Compound. Alter, 55 Eels im Squad. Ja gut, das war's für mich. Schöne Nummer. Ja, bringt das. Ja, bringt das. Bis zum nächsten Mal.